Die Razzia läuft nun schon seit fast zwei Stunden hin. Wir haben so ein bisschen mehr zu der Zaun-Bundin geholt. Kurz von der Zerb-Ratterin, jetzt ist die eigentliche Stärkung. Zwei der 20-jährigen Männer kommen in den Raum. Darum ist der Einsatz vor Ort. Zwei der 20-jährigen Männer kommen in den Raum. 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 Zwei der 20-jährigen Männer kommen in den Momenten von oben. Untertitelung des ZDF, 2020